Gärtenshops Die haben sich viele Schläfer eingetürt. Allichte das ist der Alpsee Eich An 18 in den grankeln Ich hab diesen direkt vorhin Auf die Welt Rande Das sieht man fast unterhaut. So, jetzt kommt der erste Rest. Mal gucken, wie groß die Dinger hier sind. Hier geht wahrscheinlich die Materialbahn. Jetzt wird das Fass. Die Frage gibt es noch einen, den sie haben. Die Frage gestellt wird in der Frage ist wie groß die Dinger die Dinger ziehen. Wo ist keine Dingerdunkel? Hier kommt die neue Bahn. Hier kommt die neue Bahn. An der Baumgrenze. Wir nehmen die Steine wieder mit auf. Guck mal, wie hier das Wasser hier. Da kommt ein Auto ab. Die Bahn. Ja. Du musst die gelben Seite zeigen. Da ist die Wangen. Der fährt sich ganz langsam. Da ist eine schwarz-gelbe. Der fährt sich ganz langsam. Der fährt sich ganz langsam. Das ist eine schwarz-gelbe. Wenn man Pechern sieht, hat er da oben gar nichts. Die können wir dann verstellen wahren. Die ist auch so voll. Guck mal, da ist alles. Guck mal, da endet die Bahn. Da muss man ja noch ein ganzes Stück zu fahren. Irgendwas anderes, oder? Und dann, was machst du denn hier aus? Zu Gimpelbahn laufen, denke ich. Ja, Leute, haben wir schon gemacht. Genau, weiß ich. Wir haben uns sehen. Guck mal, da ist da drin, was für den Gimpelbahn da ist, ja? Jetzt kommt der Haus. Wir sind oben. Wir sind oben. Wir sind oben. Ja, erzähl nicht mehr. Die Sonne blende. Jetzt zieht er uns an die Wand. Jetzt zieht er uns an die Wand. Jetzt zieht er uns an die Wand. Jetzt, also. Guck mal, guck mal, da ist die Hütte. Und das kleine Haus ist so. Guck mal, da ist eine Hütte da unten. Guck mal, da ist eine Hütte da unten. Guck mal, da kommt Wasser runter. Da kommt Wasser runter. In den Dings. Guck mal, hier runtersteigen. Wenn ein Hut runter da kommt, dann ist das gar nicht so klein. Ist das nett, aber. Jetzt muss der Holz holen auf der Geste. Ist das? Oh, klar. Oh, klar. Da liegt ja hier oben los. Oh, ja. Oh, mein Gott. Jetzt gehe ich hier oben. Das füge ich hier auch auf an. Oh, nein. Oh, nein. Guck mal, der ist nicht auf die Schicht der Borne-Ready. Jetzt heißt er nicht auf den Fallweg in Gebirge. Ein Stolmcmar ist. Nein, das wird nicht auf den Schöten Hummern sprechen. Ein Stolmcmar ist. Der ist im Hallstein. Der ist im Kalt stehen. Der ist im Ruhamm. Der ist im Schöten. Das ist ein bisschen aus dem Fisch. So. Die letzten Meter wirst du nicht in der Wand. Das sind gelächert alles. Das ist schon kalt. Ah, ein Fischchenkalt. Ah, ein Adler oder sowas. Das, ja. Das ist ein bisschen zu sein. Wo denn? Na, hier auch noch schön. Oh, hier den Spalt hält ich. Der ist ein richtiger Block. Wie sich das gefühlt so hat. Da kann man runter machen. Ja, ein alter Witzker. Ein Mali. Das ist so eine Hauptbahn. Wow. Ach, da fängt ganz gut an. Ja, da fängt ganz gut an. Das ist nicht. Ich denke, nein. Aber ich bin verwirrt. Aber wir sind nicht. Hm? Vielleicht. Jetzt zieht er uns nach oben oder woher jetzt die Sparte. In der nächsten Minute, da kommt ja auch wieder an. Ich hab Jacke schon mal angezogen, sie sich schön schön ab. Hm. Ach, ich mach's. Ach, ich mach's. Ich mach eine Strategie. Ach, hier ist das so ein bisschen scheiß. Ich mach's auf. Hier geht gerade so hin, ganz einfach. Geht das denn? Doch, ist doch ganz einfach. Okay, ich mach's auch. Was? Wir sehen hier oben noch was dann. Na, das ist kaum die Haare vollheit. Dass sie oben so wüscht sie ist. Oh, ich habe Angst, dass es wieder gegenknallt. Du kannst nicht sagen. Oh, bevor das halt nicht schlafen. Nein, nein, nein. Wahrscheinlich sind die Verteilung kam ganz dicht. Oh, wo ist das? Wir werden noch mal eins fragen. Jetzt kommt die erste Führungsschiene. Die erste Führungsschiene kommt jetzt. Vom Schacht. Ah! Das stimmt nicht. Nee, wir müssen da oben aussteigen normalerweise. Ich habe Angst. Guck mal, da ist ein Baggerpark. Das ist nicht mehr ein Bagger. Fahr doch mal weiter. Ich habe da einen Kran. Guck mal nach rechts hier arbeiten. Ich guck doch mal hier. Das ist doch nicht schön. Es ist fahrscheinlich. Das ist das. Ich schließe tausend heraus. Es ist wahnsinnig. Vielen Dank.